herzlich willkommen auch die aufzeichnungszuschauer ja mal gucken ob der text schon da ist wie schnell das ist noch ist er nicht da kommt noch nicht da ist es doch next scientists for future is life ganz gallien ist besetzt die ganze welt ist von irrenden besetzt die ganze welt ganz gallien die ganze welt nein ein von unbeugsamen bevölkertes dorf hört nicht auf widerstand zu leisten ja das ist die situation ja das ist die situation das dorfes weltrat in der welt sogar diese ganz großen namen wie professor richard dawkins professor franz de wahl professor brengham und all diese anderen großen namen sind alle voll von den üblichen irrtümern nämlich von all den irrtümern ja die wie entstanden sind ganz kurz erst einmal hier ausführlicher hier haben wir haben wir auf der seite hier rat der weisen punkt biebwelt.de brauchen sie nur eintippen dann haben sie immer hier den neuesten stand da ist immer die neueste sendung so eine zweistündige sendung die wirklich alles erklärt die müssen sie dann halt aufrufen und das ist immer die lesung von richard dawkins so finden sie immer können sie immer gucken was ist gerade die aktuellste der alles erklärenden sendung aber die dauert zwei stunden ich will sie jetzt in drei minuten machen und zwar was ist eigentlich passiert warum ist die ganze welt von voll von irrenden und ausschließlich und es warum gibt es nur dieses eine kleine gallische dorf weltrat sozusagen ja das liegt daran dass ab dem tag an dem der erste tausch händler die evolution betreten hat der erste der sich entschied zu leben von dem vertauschen von dingen letztens hat wieder jemand so naiv erzählt dass irgendwie ja die tiere doch auch mit ihren symbiosen und so weiter das sind doch ist doch auch alles tausch handel stimmt nicht tausch handel beginnt erst dann wenn ich güter anhäufe diese güter wieder an andere vertausche um noch mehr güter zu erhalten also wenn ich ein richtigen laden ein richtiges geschäft mache egal ob mit geld oder ohne geld damals natürlich vor 400 300 200.000 jahren alles noch ohne geld geld kam ja erst vor etwa 40.000 jahren auf aber dieses geschäft dass ich mit die waren horte und vertausche um noch mehr waren zu haben um zu akkumulieren um anzuhäufen all das habe ich noch bei keinem einzigen tier gesehen oder haben sie ein tier gesehen dass also mit einem kramwarenladen mit mit lauter gütern sozusagen so wie bei den indianern so mit den klappernden töpfen und deckeln von 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 indianerstamm zu indianerstamm fährt um den leuten dinge zu vertauschen um dabei irgendwie dinge einzutauschen mit der man mit denen man noch erfolgreicher wird sowas habe ich bei tieren noch nie gesehen also ist das die einzigartige eigenschaft die noch nicht einmal zum glück noch nicht einmal die bonobos erfunden haben sonst könnten wir von denen nicht so viel lernen sondern nur wir savannen bonobos fingen an vor 400 300 200.000 jahren mit diesem geschäft des tauschhandels und dadurch und das bild hier zeigt es ja dadurch entstand die welt aus sparten das wären hier das wäre die gesamte welt und hier kann man dann die sparten eintragen das habe ich in dieser kritzelei mal schon gemacht für sie ja die sozialsparten die weltsozialsparten ngo ist die nahrungsparten gesundheitssparten waffen alkoholsparten gerade gerade verdienen ja richtig schön die gesundheitssparten und die waffensparten verdienen richtig schön geld ja und das deswegen eine völlig neue evolution entstand es entstand eine neue ökologische nische man konnte jetzt plötzlich mit irrtümern den umsatz von waffen vergrößern mit irrtumsgeschichten eine gruppe hat angeblich die andere nachts überfallen und totgeschlagen schon kriegen die leute zuhörer angst und kaufen mehr waffen und der der waffenhändler muss sich da in keinster weise bewusst sein dass es sich um eine irrtumsgeschichte handelt sondern er klau hält diese geschichte für wahrheit und ja und die alkoholindustrie die glaubt dass eben alkohol ein wertvolles genussmittel sei das eben zu einem guten leben dazugehöre genauso wie tabak und so weiter und zucker und so weiter in wirklichkeit machen sie uns alle krank und vor allem glauben diese industrien alkohol tabak zuckersparte zum beispiel auch dass eben ja zum beispiel solche dinge wie körperkontakt sex und liebe das ist ja ganz schmutzig und eklig und böse und ach nein das ist ja widerlich hört auf damit ja denn und und der witz ist die glauben solche irrtümer wirklich wir nennen sie ja vorteilbringende irrtümer und und dadurch dass sie diese irrtümer wirklich glauben ist ihre von großem reichtum aus verbreitete sich ständig multiplizierende botschaft die hört auf mit liebe sex und zärtlichkeit die menschheit ist verklemmt wie noch nie ja aber stattdessen saufen wir und kaufen wir alkohol und tabak und zucker und all den kram kaufen wir massenweise ja das heißt diese irrtümer und und all diese irrtümer die haben sogar dorkins erreicht also er hat ja damals erkannt an der anekdote vom rechtsanwalts unwesen während der weltrat ja gegründet wurde rund um die anekdote vom alten china des gesundheitswesens sozusagen und dorkins hat diese anekdote vom rechtsanwaltswesen geschildert und diese sind ja völlig parallel ja also hier rechtsanwälte wo steht es rechtsanwälte hier muss es doch irgendwo stehen da rechtsanwälte kann ja nochmal das umgedrehte bild dann kann man das vielleicht mit hier kann man das mit dem rechtsanwalt besser lesen rechtsanwalt soll das heißen die kritzelei ja und gesundheitswesen und rechtsanwalt wesen das ist das gleiche problem immer kann wenn zufällig ein irrtum entsteht die sparte dadurch mehr verdienen dass sie uns menschen schadet und dadurch mehr profit auf uns raus rausholt die gesundheitssparte natürlich indem sie krankheit vergrößert und krankheit verlängert krankheit chronifiziert und so weiter und bloß keine krankheiten verhindert sozusagen sondern einfach nur medikamente impfungen operationen verkauft und so weiter und daran sich eine goldene nase verdient auf unsere kosten ohne dass es ihr bewusst ist also gehört auf mit schuldvorwürfen keine verschwörung am laufen das ist einfach nur evolutionsbiologie still und leise ohne böse absicht entsteht die hölle auf erden entstand in den letzten 400.000 Jahren die hölle auf erden und der rechts die rechtsanwälte können halt nur dann indem sie die prozesse künstlich aufblähen und streitig gestalten dadurch müssen wir am ende mehr zahlen und die rechtsanwälte können mehr verdienen und so hat jede sparte ihre eigenen irrtümer mit denen sie alles einer gehirnwäsche hinterzieht und dorkins hat es sich auch nicht getraut wirklich konsequent weiter den weg zu gehen er war ja ganz dicht dran zu sagen ja hoppla unser gesamtes wirtschaftssystem kann ja nicht funktionieren weil die schädigung der mitmenschen mehr belohnung bringt als die nicht schädigung der mitmenschen so ein wirtschaftssystem kann doch nicht funktionieren ja und da diesen schritt ist er aber konnte er nie gehen stattdessen hat er sich eingeschossen auf auf symptombekämpfung auf auf irgendeinen streit mit der religion streit mit der religion kann man immer nur verlieren denn das ist ja handelt sich ja um ein system das wieder alle beweise den glauben hoch hält also von daher mit religion über religion zu sprechen ist völlig verfehlt und er hätte weiter darüber sprechen müssen über die Ursache aller Ursachen dass das wirtschaftssystem nicht funktioniert und das ist sein großer lebensirrtum warum nicht er der nächste nach charles darwin geworden ist sondern der weltrat das nächste nach charles darwin geworden ist nämlich die die erkannt haben dass der die erfindung des tauschhandels den ganz neuen evolutionsverlauf gebracht hat nämlich dass die schädigung durch andere menschen durch parasitäre meme killerviren des geistes irrationale kognitionen vorteilbringende irrtümer im sinne einer gehirnwäsche manipulation propaganda werbung unser aller leben und die ganze erde zerstört ja das ist genau das worum es letztendlich geht ja und ja dann ist eigentlich damit alles gesagt professor franz de wahl zum beispiel er hat nie begriffen dass selbstverständlich wir savannenbonobos sind dass wir wie professor friedemann schrenk ja uns gezeigt hat mit der entwicklung und dem rückgang unserer eckszene die 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 eifersuchtsfreie und rivalen kampffreie lebensform entwickelt hatten und die geht eben nur so wie sie die bonobos eben auch schon ungefähr machen nämlich dass die männer alles den frauen und kindern schenken und und dann die frauen ihre liebe und ihren zugang zu den eizellen gemäß der qualität und quantität der geschenke abstufen und die frauen haben deswegen auch den ganzen tag sex mit anderen frauen und nicht nur mit den allen anderen männern weil erstens mit den männern haben sie alle sex weil dann nämlich kein mann weiß wer der vater welches kindes ist und dann müssen sich alle gezwungenermaßen alle männer als väter aller kinder verhalten und fühlen und empfinden und die frauen wenn die sich lieben und in liebe miteinander sind dann riskieren sie es nicht das kind der anderen frau zu töten und damit die liebe und die vielen orgasmen mit der anderen frau aufs spiel zu setzen und zu riskieren dass die quasi die liebe entzieht die haben also angst vor liebesentzug und solch ein gesundes soziales system das dürften wir vor 400.000 jahren als savannen bonobos genauso gelebt haben aber jetzt war professor franz de wahl natürlich von unserer äh kultur der mono der zwangs monogamie natürlich beseelt und tat sich immer zeitlebens wohl immer schwer damit überhaupt anzuerkennen dass wir savannen bonobos sind auch professor friedemann schränkt traute sich nicht diesen rubikon zu überschreiten und ganz klar zu sagen ja hoppla wir sind ja wir sind ja pazifistische äh äh savannen bonobos ähm ohne große eckzähne ohne rivalenkampf ohne eifersucht und äh damit haben wir alle voraussetzungen äh parallel zu den bonobos pazifistisch leben zu können bis auf die wenigen richtigerweise von professor volker sommer geschilderten kleinen gewaltakte den bonobos sind auch ganz normale säugetiere die haben das potenzial zum mord und totschlag genauso wie alle anderen hoch entwickelten säugetiere oder primaten und so weiter ja also wie wir auch wie alle nur dass das sozialsystem der bonobos die gewalt auf ein ganz kleines ausmaß zurück gedrängt hat und wenn wir das vor 400.000 jahren auch gelebt hatten also auch ja eigentlich savannen bonoboschenker kommunistische gruppen ehe tiere sind ja dann 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 verstehen wir warum natürlich dann äh die monogamie natürlich nicht in der Lage ist gewalt zu verhindern sondern eher wieder zu gewalttätigen eifersuchtstrahmen und so weiter führt ne also von daher ist äh ja und und all diese Professoren äh äh und und Richard Langham der macht ja ganz Professor Richard Langham der macht ganz gewagte Konstruktionen nur um nicht zugeben zu müssen äh äh dass das in Wirklichkeit die Evolution eben äh über äh diese Savannen bonobo Evolution eigentlich gelaufen ist und um das äh nicht äh äh wahrnehmen zu müssen spricht er über Kochen und dies und das und so weiter also über Nebenkriegsschauplätze so ähnlich wie Dawkins über Nebenkriegsschauplätze wie Regionen spricht wobei man nochmal ganz klar sagen muss der Tauschhandel die ersten Spuren von Hinweise für Tauschhandel beginnen so 400 300.000 Jahre äh vor 400 300.000 Jahren die allerersten Hinweise und Spuren die so Beginn von Religion bedeuten äh sind erst 170.000 Jahre alt also ist er die Erfindung des Tauschhandels ist das ursächliche Geschehen und alles andere sind Folge Symptome und Folgeerscheinungen ohne die Erfindung des Tauschhandels hätte zum Beispiel vor 40.000 Jahren nie die Erfindung des Geldes gegeben weil man das Geld gar nicht gebraucht hätte als Vereinfacher des Hortens und Akkumulierens von Gütern sozusagen ja und so ist ist das hängt das alles zusammen also ich gehe nochmal zurück hier wo sind wir denn hier hier war es glaube ich ja also da war diese Seite und dann war das glaube ich hier ja also noch einmal ganz Gallien ist besetzt von den Römern ach nein von den Irrenden besetzt von den sich Irrenden und Trägern von Vorteil bringenden Irrtümern all der verschiedenen Sparten besetzt und das Schlimme ist ja dass ich dass ein Mensch nicht nur die Vorteil bringenden Irrtümer im Kopf hat die seiner eigenen Sparte und damit seinem eigenen Geldbeutel Profite bringen sondern auch noch dass er auch noch zugleich Manipulationsopfer ist all der anderen Sparten und deren Vorteil bringende Irrtümer und damit also sozusagen auch ein Lobbyist wie der Willen für die anderen Sparten wird weswegen ja auch unsere ganze Politik von oben bis unten voll ist von 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 vorteilbringenden Irrtümern ganz anderer Sparten nämlich zum Beispiel der Sozialsparten ich zeige das vielleicht nochmal schnell wo ist das Bild gehen wir doch nochmal dahin ich gehe nochmal hier zurück ich hoffe ich bin in der richtigen Richtung leider ist das hier kaputt gegangen irgendwie hat das Windows das System geändert und das Bildersystem schlechter geworden bitte wieder rückgängig machen ja hier nochmal die Sparten hier sind nicht alle eingetragen nicht viele eingetragen sondern nur wenige aber wir sehen ja auch hier die Waffen und Alkoholsparte und die Gesundheitssparte hier und da sieht man wie eben Geldscheine und vorteilbringende Irrtümer in all in die gesamte Welt eindringen in die Parteien in die Politiker in die Spielfilme Product Placement und und überall und in in die Welt der Journalisten über die Milliarden teuren Werbespots und in die Universitäten über den Drittmitteleinfluss auf die Universitäten sodass man sagen kann jeder ist mindestens Lobbyist seiner eigenen Sparte mit den vorteilbringenden Irrtümern der eigenen Sparte und dann ist er auch noch Lobbyist wie der Willen ganz vieler anderer Sparten und das ist eine Welt des Irrsinns und einer Welt der Unwahrheit und das ist halt tragisch und so ist es aber leider ja und jetzt beende ich als erstes die Aufzeichnung ach ne ich wollte noch mal zurück hier das muss ich doch noch mal lesen zum Schluss weil es so schön ist ne da ist es doch also ganz Gallien ist besetzt von den Römern ne von den Irrenden besetzt ja ganz Gallien die ganze Welt nein ein von unbeugsamen bevölkertes Dorf namens Weltrat hört nicht auf Widerstand zu leisten wobei ich manchmal denke wir haben gar keine Chance wenn einmal die Welt so verrückt geworden ist wie jetzt was soll man wie soll man dagegen angehen wenn jeder Mensch rumläuft und stolz darauf ist die Irrtümer und seine Irrtümer für Wahrheiten fälschlicherweise hält und stolz ist auf sein tolles Wissen in Wirklichkeit alle nur Irrtümer haben sogar Professor Richard Dawkins Rangham De Waal Friedemann Schreinck wie sie alle heißen alle überwiegend dann doch nur voll sind von Irrtümern ich glaube da ist eigentlich gar keine Chance naja ich beende als erstes die Aufzeichnung noch mal ein Winke Winke an die Live Zuschauer ja also ne die Aufzeichnungszuschauer die Live Zuschauer können es ja nie